Ey, da sind zwei Titans. Boah. Schießt erstmal durch die Tür durch. Ja. Mach ich auch immer so. Ich meine, wenn die Zeugen in Jehovasdach stehen, ne? Hallo und willkommen. Wir spielen eine Runde Last Titan Standing. Also Titanfall, ne? Ja. Mit dabei wieder der Jan-Christoph und ich. Hallo. Wo bist denn du? Suchst dich gerade... Ah, hier. Hier, hier, hier. Der kleine Spastard ist das hier. Und ich, Alter, ist schon wieder so extrem laut. So ist besser. So, erstmal ein paar Frontsodaten killen. Äh, du weißt schon, dass hier ein Titan ist? Was, hier ist ein Titan? Ja, hier ist ein Titan. Hey, ich bin weggedackelt. Ich bin in die Lagerhalle gegangen. Aha. So einer bist du also. Einfach weggedackeln, ne? Wackeldackel, ne? So, los, los, das. So, da krieg ich jetzt so richtig fett auf die Fresse. So, Elektro auch nutzen, um nachzuladen. Das ist ganz taktisch. Ganz gut. Nachzuladen? Achso. Achso. Wir sind 3 zu 1 im Unterzahl. Ey, was will da von mir? 3 zu 1 im Unterzahl. Willst du von mir Titan? Boah. Ja, was willst du von mir? Junge. An den ich geh nach, du Scheiße. Nein, 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 nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch, ich lebe noch. Aber mein Titan ist hoch. Oh, Junge. Deine auch? Äh. Ja, deine auch. Oh, Junge. Aber ich lebe noch. Ich lebe noch mal mit dem Sidewinder rein. Guck mal, der Typ hier ist. Ah, das ist kacke. Hier ist so richtig fett mit dem Sidewinder aufs Maul. Spiel das ein zweiter? Runde verloren. Ah, schade. Das müssen wir nächste Runde besser machen. Ja. Das war ein bisschen doof, ein bisschen kacke, ein bisschen scheiße. Abisle, Abisle. Nicht so welche Kraftstoffdruck, Joshua. Das geht doch nicht. Nein, 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 nein. Lalalala. Wieso? Hatte geile. Wird's noch geiler finden, wenn man die Animation geiler macht mit den Titans. Dass man irgendwo rausspringt, weil irgendwo kommen die Titans ja her. Ja, das ist ja irgendwie, ne. So aus dem Schiff oder so. Ja. Also jetzt nicht unbedingt in der Materiärschacht oder bei bodengebundenen Sachen, ne. Aber hier, dass du halt auch aus dem Transportschiff dann halt rausbiegst, ne. Mit deinem Titan. Ja, genau. Oh. Das hätte was. Das hätte was. Oder generell die Animation bei den Titans können sie echt noch verbessern. Was? What the f... Mein Titan ist Schrott. Bitte. Oh ja, von hinten und von vorne kamen die. Mein Titan ist ein Schrottgewicht. What the hell? Irgendwann, du hast auch Schrott. Was ist das denn? Sag, das ging übel schnell. Das ist ja total flüssig. Alter. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ich bin sogar auf dem Titan. Das zeigt ja nicht immer. Oh. Du. Ja, und ich spring erst mal in den Leckdorfer rein. Hammer geil. Ist klar. Soll ich so ein bisschen Ausschau für dich halten? Äh, ja, aber das bringt mir jetzt herzlich wenig, ne? Eigentlich schon. Ey, da sind zweithalpens. Boah. Oh. Ich schieße erst mal durch die Tür durch. Ja. Mach ich auch immer so. Ich meine, wenn die Zeugen Jehovas da stehen, ne? Geht der jetzt auch so? So, erst mal vor. Ja. Immer noch. Ich schieße. Was für eine Waffe. Sidewinder. Und warum schiehst du mit dem Sidewinder auf, Leute? Weil das auch klappt. Weil du dich, du dich schlechter ist. Das ist dir klar, ne? Ich wundere mich gerade nur so, warum explodieren die, äh, Typie. So, Titan Assist. Los, los, los. Ja, der ist Schrott. Alter, das ist so eine geile Animation, wenn dann aus dem totgeweihten Titan die Leute rausgezogen werden. Nein. Kettenkanone. Das ist so derbe geil. Das ist doch kacke. Ich dachte, ich würde das überleben. Alter. Alter, nur noch ein einziger Titan. Ja. Das ist einfach so eine undrohende Fallrun. Äh, das ist irgendwie, keine Ahnung. Sind die anderen besser als wir und wir einfach schlechter als die, ne? Also bei sowas habe ich auch gerne mal meine Plasma Railgun, weil die ist dafür saugut. Weil die, wenn du die auch geladen hast, die macht deinen Titan sowas von Schaden. Du meinst dem anderen Titan? Den anderen. Die macht dem Titan sowas von Schaden? Ja, du hast nämlich eben gerade deinem gesagt. Echt? Echt? Oder dem? Es gab auch irgendeinen Angriff bei irgendeinem Spiel. Ich glaube, das war ein Mario-Spiel. Äh, da hast du dir... Ja doch, das war glaube ich dann mit, äh, Link, ne? Ähm, bei... äh, bei... äh... äh... Irgendein Spiel war das. Ähm, es hat dann mit Melee aufgehört. Ähm, wie hieß das? Äh, Bross, was es jetzt auch für... Wie gibt halt dieses Kampfspiel, wo du halt mit den Nintendo-Charakteren... ...gegeneinander kämpfst. Super Smash Bros. Genau. Und davon die Melee. Äh, von Gamecube. Da hat Link sich auch, äh, selbst Schaden gemacht mit... ...seiner Spezialattacke. Aber den anderen hat es auch ordentlich Schaden gemacht. Ist da jetzt... Was? So. So, erstmal ein Spectre nebenbei noch killen. Ein Spectre. Ein Spectre. Ach, Spätzle. Oh, Junge. Von wo aus kommen die denn alle? Keine Ahnung. Genauso wie, äh... Die kommen von hinten, von vorne, von rechts, von links. Mienten, von vorne. Ja, jetzt ist mein Titan-Schrott. Was ist das denn? Von halb links, von halb rechts. Die F. What the fuck? Oh. Nein. So. Bin tot. Wahrscheinlich als Erster. Äh, ne. Glaub nicht. Auf jeden Fall. Naja, aber... Boah, fuck ey. Too many Titans. Weißt du? Du bist... Du bist auch gerade rausgefallen. Okay. Genau. Das ist doch Kacke. Äh... Ja, ist es. Ein bisschen, ne? Nur ganz leicht. Also ich würde es jetzt weniger als Kacke finden, sondern mehr als ungut. Ja. Was macht der hier? Der geht natürlich raus und lässt seinen Titan alleine. Was ist... Das gibt es doch nicht, ey. Anstatt für uns... Alter, mit so vielen Leuten müsste man sie eigentlich abgeben. Dann müsste man dann gleich rausgehen. Ach, der ist sowieso schon letzter und dann gibt er seinen Titan auf. Naja. Halbzeit. Aber komm, er hätte auch nichts mehr gegen vier Titans ausrichten können. Von daher. Er hätte nichts, aber... Dann hätte er wenigstens bis zum letzten Mann... Bis zum letzten... Naja, aber du kannst mit Auto-Titan und dann, keine Ahnung, Sidewinder oder Elektrogewehr oder was auch immer du hast, kannst du mehr ausrichten als nur mit einem Titan. Ah, das mach ich auch mal auf. Der stand da ja einfach nur. Warte. Ach du Kacke. Gleich zwei Titans. So. Ich geh hier mal schön an die Seite. Boah, Alter, ne? Du siehst ihn hier kaum. Das war schlimm. Ja, ich bin hinter dir. Deswegen komm ich hier nicht weg, weil du so fett bist. Generell ich finde die Titans sehen einfach so extrem geil aus. Äh, hier ist ein Titan. Hinter. Hinten. 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 Ja, ich komme. Gibt ja auch dieses... Äh, man kann sagen... Anderes Spiel der selben... Gleichung? Nein. Egal, ähm, der selben Gattung. Äh, das ist das... Hawken oder Hawks oder wie er es hieß. Äh, das habe ich mir... Ich glaube, das war Greenlight. Nein, Green... Egal, da gab es das halt auf jeden Fall mal für ein Wochenende kostenlos. Haben wir überlegt, ob wir so ein Vergleichsvideo machen. Aber dieses Spiel ist einfach viel zu schlecht für ein Vergleichsvideo. Erst dachte ich so, ja, das könnte echt ein... Das könnte echt... Hart werden. Titanfall oder das eben. Ne? Ich bin übrigens hinter dir, Gashi. Okay. Aber du hattest... Hattest du das auch? Du hattest es auch. Ja, ich hattest es auch. Das war... Das ist nix gegen das, was wir jetzt hier haben. Das war so derbst schlecht, dieses Spiel. Also, keine Ahnung. Vor fünf Jahren wäre es ein episches Spiel gewesen. Schauen wir mal an die Grafik, ne? Ey, das läuft gerade auf jeden Fall gut. Ja, geht, ne? Obwohl doch, wir sind... Aber für die heutigen, äh... Zeiten... Ist dieses Spiel so derbst schlecht. Also, das ist jetzt nicht mehr... Das ist jetzt hier nicht das Qualitätsniveau, was wir hier haben. Ne, und auch nicht der Spaß. Also... Also, sagen wir es mal so, die Titans, sag ich jetzt einfach mal. Äh... Das sieht aus wie so ein... Äh... Wie so ein... Keine Ahnung. Pick-up. Nur halt aufgestellt. Ne? So wie bei alten Autos mit einer ganz, äh... Großen, äh... Geraden Frontscheibe, ne? Also, da sitzen einfach Leute drin. In einem Quadrat, was... Arme und Beine hammergeil hat. Ja, ja. Und ich hab meinen Titan noch. Weiß... Was ich so geil in dieser Kettenkanone finde. Du kannst halt Piloten abschießen. Mhm. Dann kannst du einfach hinter dir halb... Hinter dem herballern und... Das ist schon geil. Und der kann halt nicht so... Aber es, glaube ich, steht 3-1, oder? Ah, ja. 3-1. Also, entweder gewinnen wir das hier jetzt, oder wir verlieren das hier jetzt, ne? Ja, das ist... Ich bleib hier, in diesem Teil. Ja, dann bleib ich auch hier. Campen wir mal so ein bisschen, ne, Bro? Boah. Ach so. Aber auf jeden... Wir verteidigen das hier einfach. Ja, genau, genau. Oder gehen wieder ganz leicht hier so ein bisschen rein. Mein Revier. Also, ich muss schon sagen, ich hab am Anfang, als ich den ersten Trailer davon gesehen habe, habe ich... Das muss ich jetzt mit meiner Schande sagen. Echt überleg mir das zu kaufen, anstatt von Titanfall. Ähm, weil es auch einfach deutlich günstiger war, ne? Aber... Man sieht, günstiger ist nicht immer gut. Ne. Also, das Spiel, das war... Das war eigentlich echt schon eine Zumutung. Erst mal meine Schilde nachladen lassen. Oha! Also, Schilde... Schilde ist das oben, oder was ist das? Ja, dieser kleine Balken. Okay. Den hat man immer wieder nachnäht. Heißt, wenn... Äh, die Schilde... Äh, also wenn dieser kleine Balken oben noch komplett ist, kriegst du keinen Schaden, oder wie? Ne, der muss... Das sind halt immer die Schilde, die sind elektronisch aufgebaut und... Oha, warum komme ich hier nicht weg? Okay, scheiße, meine Schilde sind kaputt. Dann musst du das kurz nachladen und... So, und dann laden die nach. Und dann... Und dann kriegst du... Oha, aber... Und das Schilde ist dann wirklich so 100% oder einfach nur so ein bisschen sozusagen? Äh... Naja, das schützt dich erst mal. Wenn das abgelaufen ist, dann... Ja, komplett. Also schützt dich komplett, oder? Das schützt dich komplett und wenn das dann abgelaufen ist, aber das geht natürlich schnell kaputt. Ja. Und dann... Von hinten kommt ein Titan. Ich bin auf dem drauf. Schieb Baller da einfach drauf. Bin drauf. Bin tot. Ich hoffe, ich überlebe meinen... Ja... Gut. BTF... Das sollte eigentlich nix werden hier. Der hat mich schon gleich ungesehen. Ich bin zu spät abgesprungen. Kacke. Also wenn wir jetzt nicht noch einmal richtig rumkacken. Richtig einmal auf die Scheiße aufhauen. Nee, dann ist das auch Schrott. Der ist... Der ist schon wieder ausgestiegen, der eine. Ich bin jetzt auch tot. Ja, ich fand... Ja, das ist doof. Wo sind unsere eigenen Titan? Ach, schade. Also das... Obwohl der hat... Der ist noch ganz... Der... Der sieht noch ganz gut aus, aber es sind halt drei Gegner. Das ist das Problem. Der Titan ist... Hä? Achso, da. Ja. Boah, er nimmt auch rein. Ich hoffe, das war sein eigener. Es sah noch gut aus, aber... Boah, jetzt... Nee, jetzt ist doch. Da können zwei komplett kaputte Titans ankommen. Du hast keine Chance. Da ist er hin. Gucken. Mission abbrechen, wiederhole. Mission abbrechen. Ja. Auch... Ja, soll ich machen, oder willst du? Ja, mach du. Boah, wir waren den Schlechsten. Boah, ist das gar nicht. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt die beste Runde war. Wir bedanken uns natürlich mal wieder richtig herzlich bei euch, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Und jetzt überlasse ich das Wort Emil. Was war? Genau, ich hätte genau das gleiche gesagt oder fast so ähnlich. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Runde Titanfall oder auch Skyblock. Könnt ihr auch bei uns angucken, schauen. Oder eventuell auch Aero oder sowas. Irgendwas Minecraft-mäßiges, aber nicht so. Vielleicht irgendwas anderes. Aber bis jetzt noch nicht. Irgendwie Minecraft oder Titanfall halt, ne? Genau. Bei irgendeinem Spiel. Bei irgendeinem Video. Hauptsache guckt. Dann bleibt einfach noch was zu sagen. Schaut beim nächsten Mal wieder bei. Und tschüss. 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 Tschüss.